eh nicht brauchen, weil wir ja, ne, äh, sowieso, ach, komm schon, na, okay, kein Tunnel, ach, Mann, ey, oh, komm, nein, okay, jetzt aber, hopp, 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 ich bin so doof, boah, spring doch da rüber, Mann, der will nicht, der will mich veralbern, so, hier, speichern, Gott sei Dank, hab ich das gemacht, ach, ha, 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 ich hasse dieses Level, nicht das Spiel, dieses Level, und mich, alter, das darf doch nicht wahr sein, ey, ich rush die Level normalerweise durch, und in diesem Level klappt überhaupt nichts, so, jetzt komm her, alter, ah, kann das Level jetzt auch mal, danke, halt, die Witzka, ey, komm, ich will dann schwitzen, macht aber nix, überhaupt nix, ne, auf jeden Fall will ich ein neues Format einführen, ich bin wieder vom Thema abgekommen, und, äh, bräuchte da noch ein Intro, ich will nur nicht verraten, was ich mach, also, wir haben ja schon ein Intro, danke nochmal an, alter, nein, ich hab vergessen zu speichern, blöd, wie ich bin, ähm, wir haben zwar schon ein Intro, aber ich bräuchte noch ein anderes Intro, das müsste auch gar nicht viel anders sein, ähm, falls jemanden kennt, der mir ein Intro machen kann, und sein Intro machen kann, schreibt's in die kommt, oder Bobby, wenn du das siehst, ich bräuchte nochmal ein neues Intro, boah, ich hab wieder nicht gespeichert gehabt, das wär jetzt fatal gewesen, oder könnte fatal werden, boah, wie ich Hammerbrüder hasse, ey, wie ich einfach durchrush, boah, Pilz, nein, kein Pilz, boah, jawohl, und am Hintergrund merkt man schon, es geht aus Ende zu, das könnte jetzt schon das letzte Level sein, ist es diesmal das richtige Castle? Wir werden es erfahren, um sieben leben, ah, ich leben dazu, wir kommen schon, cool, wahrscheinlich nicht, ich hab's bloß nicht gemerkt, okay, das war doof, hopp, okay, ach, komm schon, jetzt werde ich übermütig, ich muss langsamer machen, ich hab doch genug Zeit, ich speichere in diesem Level zwischen, sonst fangen wir das auch wieder 15 mal von vorne an, das war falsch, wo soll ich denn bitteschön hin? Ach, oben lang? Hä? Moment, unten lang? Nee, in den Tunnel rein, oder was? Ah, okay. Ach, Gott. Blöd. So, jetzt aber, komm. Da kam wieder der Remix. Ach, fuck. Ah, das war mir klar. Ich glaub, ich muss da oben rein, war ich gar nicht so falsch. Dämliche Pflanze, geh weg. Perfekt. Ich muss es wieder speichern. Das Bild gefällt mir überhaupt nicht. Aber es ist wenigstens spielbar. Alles andere ist ja nicht spielbar bei mir. Mich würde es aber echt interessieren, liegt es an meinem PC oder liegt es... Es war schon wieder falsch. Da bin ich rausgekommen. Muss ich hier schon wieder rein? Nee, da geht es nicht rein. Ah, da geht es rein. Ich wollte mich doch verarschen, ey. Da rein? Ach nee. Wasser. In einem Schloss. Mit Dinger und oben eine Wand. Ganz tolle Idee. Tolles Level-Design. Alter, wer die Level macht, wer solche Level macht, der wird geschlagen, ey. Ganz furchtbar. So, jetzt komm. Ich werde wohl hier... Geh unten lang. Spannende Decke, wird mir voll weggedotzt. Wie assig ist das denn? Komm, 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 komm. Ah, perfekt. Kann jetzt mal das Ende kommen? Ja. Ich hab gewonnen, und das ist die Prinzessin. Ah, ich krieg' nen Pilz. Cool, bringt mir zwar überhaupt nichts am Ende. Ach, sonst können sie mich hier nicht umarmen. Stimmt. Ha, 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 da wird er rot. Ja, thank you, Mario. The Kingdom is saved. Now try a more difficult quest. Push, start. Continue. Achso, es geht noch weiter. Mit Sternchen. Das heißt, die werden jetzt noch schwieriger. Ja, komm. Machen wir auch noch. Ja. Machen wir eh schnell. Machen wir das halt auch noch. Hier, ne? Achso, nee, Quatsch. Nachdem kommt ja gar nicht. Äh, Mario 2. Danach kommen ja erst die Lost Levels. Das ist eigentlich quasi der zweite Teil, der bei uns aber nie rauskam. Im besten. Weil. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich haben die gedacht, ja, die sind... Alter. Die sind keine guten Spieler. Die kriegen das nicht hin. Die ist zu schwer. Aber ich werde das Gegenteil beweisen. Zwar mit Safe States, aber ich werde sie knacken. Aber erst mal das More Difficult Quest. Bah. Hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. So. Und... Oh, balla. Ja. 5000. Sehr geil. Das war Sternchen 1-1. Jetzt kommt Sternchen 1-2. Achso. Moment. So. Bah. Wollen wir nochmal. Da gibt's jetzt keine Dinge mehr. Da gibt's jetzt nur noch... Ne, ich weiß nicht, was daran... ...schwieriger sein soll. Boah. Ich nehm wieder meine Klappe viel zu voll. Wahrscheinlich kacke ich jetzt wieder ab. Weil wir freuen uns nachher wieder auf die... ...auf die anderen... ...nein, nicht oben lang. Auf die letzten Level. Die werden ja immer richtig schwer dann. Und hopp. Ja. 5000. So. 1-3. Ja. Wow. Alter. Okay. Alter. Ja, okay. Das zieht doch schon an vom Schwierigkeitsgrad. Kann man so unterschreiben. Alter. Puh. Hüpf, hüpf. Oh. Abbremsen. Ach, komm schon. Ah. Die drehen ja um. Dämliche, dämliche, dämliche Viecher. Naja, bringt nix. Man hört den, den Remix trotzdem noch. Ach, komm schon. Ah. Verdammt nochmal. Aber ich merke gerade, ich bin auch ein Schwätzer vor dem Herrn. Anfang sag ich noch, ja, ich bin zwar Safe States, aber nur am Anfang jedes Levels. Und, verdammt nochmal. Und jetzt safe ich trotzdem zwischendrin. Alter. Oh. Ahahaha. Fuck you. Nein. Abgestotzt. Okay. So, Sternchen 1 bis 3. Yeah, man. Da geht voll ab, du. Schauen wir uns mal das erste Schloss an. Ich weiß noch nicht, sind das jetzt alle Level? Ich hab das noch nie gemacht. Die, die, das More Difficult Quest. Muss ich dazu sagen. Das ist doch jetzt... Oder, ich weiß nicht. Verdammt nochmal. Sind das alle Level jetzt nochmal in schwer? Oder nur die ersten drei Welten? Oder was weiß ich? Alter. Ich muss langsam machen. Es wird doch etwas schwerer, als ich gedacht hab. Komm schon. Ich weiß nicht, wie man das früher hat spielen können. Wenn man keine Skills hatte, so wie ich. Alter. Und ständig die, jede Welt nochmal von vorne machen muss, wenn man alle Leben weg hatte. Da hätte ich nicht durchgehalten. Ich bin so doof. Mach immer den gleichen Fehler. Ich muss sagen, ich hab den ersten Teil auf dem normalen Nintendo nie gespielt. Ich hab nur die... Mal... All-Star's. Ich bin... Mach... Das darf nicht wahr sein, ey. Äh, nur All-Star's gespielt. Und... Komm schon. Deswegen weiß ich, kenne ich die Sternchenwelt nicht Nein Und jetzt muss der mich Okay, vergiss das für die Sternchenwelt Nein, ich habe es vorhin auch schon gemacht Ich werde mehr Safe States jetzt benutzen Es gibt mehr Remixes Nämlich jetzt zum Beispiel Und jetzt nochmal ein Ne, das war jetzt kein Verdammt, ah, du Pfeife Ha Gebäschte Yeah Ja, ja, die Prinzessin ist schon wieder in einem anderen Schloss Das ist mir klar, mein Freund Aber Vollkommen egal, ey, hol's auch wieder Ich hoffe nur, danach gibt es nicht nochmal Doppelsternchenwelten, ey Ah, mein Stern Ha, ha, ha Jetzt gucke ich natürlich oben rum Aha Egal Oh, das war verdammt knapp gerade Aha D-d-d-d-d-d-d-d-d Ha! Bäm. Zwei, eins. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-m. Yeah, man. Yeah, yeah, yeah. Ach. Verdammt. Das nervt mich. Ein bisschen. Deswegen bin ich eigentlich auch kein Freund von SafeStates. Und wir werden auch im Super Mario Bros. 3 together keine SafeStates benutzen. Verdammt nochmal. Aber da haben wir jetzt angefangen ohne SafeStates und dann werden wir da auch keine machen. Ihr dämlichen Kraken, er geht nur aus dem Weg, ey. The Remix! Wow. Das ist verdammt normal, ey. Das war gerade echt knapp. Lieber unten lang. Ha! Knapp vorbei, ist auch daneben, mein Freund. Ha! Geschickt unten durchgeschlichen? Yeah! Boom! Und, ja! 2-2 fertig. Ich bin gut, 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 gut. Ich weiß, wenn ich keine SafeStates benutzen würde, wäre ich wahrscheinlich immer noch nicht mal mit dem normalen Spiel durch. Ich glaube, die haben jetzt einfach die gleichen Level minimal schwieriger gemacht. Aber nicht mit Welt 1 angefangen, sondern die letzten Welten. Was ich... 5, 6, 7, 8 oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das Level am vorhin schon gemacht, das weiß ich hundertprozentig. Hopp! Haha! Sehr geil, sehr geil. Solche Level schaffe ich dann doch auf Anhieb? Und andere wiederum nicht. Ups, Entschuldigung. Das wollte ich eigentlich auch generell... Ah! Vermeiden, dass sowas kommt. Mist! Aber, naja. Wow! Da ist er wieder! Der Remix! Wow! Ah! Huh! Knapp! Wenn man eine Feuerblume hat, ist der eigentlich ganz einfach. Einfach draufhauen. Schießen, 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 schießen. Fertig. Hm. Gut. 3-1. Ich mache jetzt hier eine kurze Pause. Und wir sehen uns gleich wieder. Ciao, ciao. Und wir sehen uns gleich wieder. 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 Vielen Dank.